Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Hotchip Challenge Teil 2 Schampaner, der Lamm! Du bist Mensch! Zwei Hotchip Kaffee, aber? Ja, ja. Wer trinkt, Junge? Ja, ich brauche dich. Ja! Elhamdulillah, mir geht's gut. Echt, echt, echt. Wursch auf. Ist das nie. Ich will... Abo. Nur Mundschlaf. Ja! Nicht da, oder? Mach mal kurze Pause. Was auf meine Lippen gemacht? Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Hotchip Challenge Teil 2 machen wir. Ja, genau. Wenn es euch gefällt, gebt es in die Kommentare rein, wenn ihr noch mehr solchen Videos haben wollt. Viel Spaß, bleibst dran. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Ist es okay, dass du dabei bist? Willst du dich vorstellen? Alex heißt ich. Bin 17. Ja, ich bin 17 Jahre alt. 16, bald 17. Habt ihr die schon mal gegessen? Ja. Er hat gemeint, er isst zwei Hotchips sogar. Aber da ich jetzt nicht zu viel habe und ich noch bei anderen auch das mache, müssen wir die teilen. Ja. Alles gut, ich isst. Nein, nein. Soll er? Entschuldige. Ah, er macht noch liebe Waller. Jetzt, wie jetzt nicht. Noch nicht, noch nicht? Schönen mal. Wie ist es vom Geschmack her? Schmeckt gut. Wie ist es vom Geschmack her? Sterbige. Geschmack aber? Scheiße. Wer trinkt, Junge? Zwei Hotchips kannst du, aber? Ja. Aber in denen du drauf gehst. Aha. Okay. Trinken! Du musst, du musst... Er läuft hin und her. Du musst ihn... Hier, hier, nicht weglaufen. Sterbe ich gleich. Kameramann immer die auch filmen, gell? Wenn die laufen. Hör mal weg. 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 Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Normal. Willst du dich vorstellen? Ich bin Heissam. Ich werde 17. Ich komme aus Palästina. Hast du schon mal einen Hotchip gegessen? Also einmal. Hä? Einmal, ja. Ganzes? Nein, halbe. Jetzt ich esse Ganze. Und hast du was dann gebraucht? Danach Milch, Wasser oder irgendwie? Nee, also nur Eistee. Habe ich. Okay. Viel oder wenig? Ja, ja. Geht schon. Ihr bereut das, dass ihr keinen trinkt bei euch gut habt. Ich habe euch vorhin gesagt. Geschäfte haben noch offen. Wie ist genug? Sich nach... Das ist komisch. Ja. Egal. So ready? Ja. Nicht auf dem Leben, nicht auf dem Leben! Wie ist das? Es brennt, es brennt. Ich brennt sehr wenig. Yallah. Fatiha. Schaback! Es schmeckt einfach nach Schaf. Es schmeckt ganz einfach nach Schaf. Es schmeckt ganz einfach nach Schaf. Wo brennt es? O Bara, O Bara! Wo überall? Im Mund, wo überall? In meiner Ackerbau! Ja, überall. Ich sag, mein Fuß hat aufbrennt. Ja. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Willst du dich vorstellen? Ja, ich bin Pablo, ich komme aus Palacina, ich bin 15 Jahre alt, bald, gerne im Mai, ich werde 17. Ist es okay, dass du dabei bist? Natürlich immer gerne. Willst du dich vorstellen? Ich bin Ibo, 15 Jahre alt, komme aus Sendling, halb Türke, halb Bulgare. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja, klar. Stell dich vor. Hamoudi, aus Sendling, 16 Jahre alt. Habt ihr schon mal diesen Hotchap gegessen? Ja. Ich noch nie. Du ja? Ja! Diese Rechen hier. Aber schau mal, diese Hotchap waren wie klein. Schau mal, schau mal, diese Hotchap waren. Aber schau mal, ich meine auch, es ist nicht mein ganzer Hotchap. Ah, diese hat vergesst. Reklamation an diese Firma. An diese Firma. Ihr habt eine kleine Maus bei euch. Was ist das? Diese meine. Mach deinen Lepp. Nicht leppen. Der Data flippen, jemand. Puh. Puh. Fünf, die ganze Zeit, ja? Äh, es ist ein Moschschriech. Das 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 ist ein Moschschriech. Was ist los? Ich habe das gelutscht. Ich habe ihn juckt. Ich gelacht. Beste. Was war Geschmack? Scheiße. In der Welt. Wo brennt gerade? In meiner Zunge. Hat war ein Glück. Immer Zunge, ja. Ich bin gerne. Ich bin schnell, ich bin schnell. Ich esse eine ganze Zeit. Diese? Ja. Wo, Digga? Was machst du? Ich habe einen Finger mit dir gesen. Scheiße. Ich, ich, ich. Moschschriech. Der sagt Moschschriech. Was? Der hat so gegessen. Der sagt Moschschriech. Wo steht gerade? Wo steht gerade? Ach. Ach. Willst du was trinken? Warum? Dann werde ich gefickt. Oh, das brennt jetzt mal. Es brennt nicht. Die sind Luchas. Der hat so gegessen. Leute. So, so. Schau, ich kriege wieder Schluck auf. Pass auf deine Augen, okay? Wenn du... Hat jemand was da? Nicht zu lassen. Oh, ey. Bei mir Schluck auf. Oh, komm, komm. Oh, komm, komm. Wollah, bei mir jetzt. Guck, Mann. Ich habe ganz gegessen. Wollah, bei mir jetzt. Wollah, bei mir jetzt. Wollah, ich schwör. Aber es hat immer... Du hast juckt mal in Öl. So ein Ding. Es geht auch in der Halbzeit. Weh? Es geht auch in der Halbzeit weg. Ja, ja. Oh, oh. Mann, jetzt auch. Echt? Wie, wie, wie? Noch mal? Wie? Wer wollte noch mal löschen? Was ist das? 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 Schau, schau, schau. Das ist normal. Es ist ganz normal, ey. Was ist das? Hinter, ciao. Ganz normal. Ciao, mein Gesicht ist nicht rot. Ich geh kurz in der Kamera weinen, dann komm ich wieder. Ich geh auch nicht mal, ne? Das krass ist, ich stelle den Leuten mal Fragen. Das ist eigentlich gemein. Halt nicht gemein. Für Video ist es gut. Aber man geht drauf. Das Ding ist, ich hab noch davor ein scharfes Kaugummi gehabt. Ja, ja. Genau, diese scharfe Kaugummi. Hab ich rausgenommen. Aber ich glaube, das wirkt noch mehr. Ja, ja. Bei mir auch. Ja, da hat man geteilt. Warum hast du nicht gesagt? Aber egal, nur mal. Okay, die nächsten einfach. Habst du dich gewöhnt? Was? Was ist das? Ernsthaft? Ich schwör, das hat mich doch nicht gemerkt. Was ist das? Mach weiter, mach weiter. Ja. Was ist das? Bei mir brennt nur hier die Latte. Was ist das? Wo sind die eigentlich geblieben? Wo ist eigentlich Alex? Du bist Mensch! Katalea, ihr habt ihr überall hingespotzt, Mann. Kommt mal her. Ihr habt ja diese Wasser dort. Ruß dich mal an, Mann, ey! Ich bin im Wasser. Ey, Lama. Aber treibt mich. Aber treibt mich. Aber treibt mich. Katalea, wie geht's? Ein Handel, Lama, mir geht's gut. So. Hey, Katalea, warst du nicht einmal in deinem Video dabei? Ja, ja. Jetzt, ja. Das hat sie am großen gegeben. Wallah, will ja. Er packt es nicht mehr heute hin. Ja, bitte. Ich rolle einfach in die Garage. Hey, Katlau. Er kommt mit der App nicht klar. Ich kenne mal ein Bestes. Katalea ist auch da. Katalea. Katalea, wie geht's? Alhamdulillah, mir geht's gut. Katalea, stell, stell, stell. So. Du kochst auch ab. Bei mir. Es tut immer bei mir. Bei den Backungen. Von jedem Backungen hat er eine kleine Stücke genommen. Bei mir. Lugner. Wer, du? Allah-Billa, du hast mich gesehen, doch? Ja, doch, er hat auch eins genommen. Er hat nochmal eins genommen. Wir haben kleine Stücke gegessen. Aber öfter mal. Bei mir tut es immer hier weh. Bei mir auch. Komisch, bei mir immer hier. Das Ding ist, es hat keinen Geschmack, nur scharf. Ich finde, es schmeckt gar nicht. Aber doch, diesmal hat es mir sogar geschmeckt, muss ich sagen. Mein drittes Mal, glaube ich. Ich finde, kleine Stücke sind viel schärfer als... Ey, nicht ganz, es ist nicht mal so scharf. Du hast gesagt, man muss rumlecken, gell. Wallah. Ich weiß nicht. Es brennt meinen Mund und Lippen nur eigentlich. Ja. Aber es ist nicht normal. Hier. Aber für hast du noch eine? Wenn die 10 Euro haben, die sollen holen, ich gebe denen das Geld. Von Allgut. Wenn die noch Allgut sind, ruft sie dir an. Wenn die anderen noch Allgut sind, dann gibt es ja wohl Hotchip. Die sollen Honig, gebt denen die 10 Euro dann. Ey, ihr spuckt ihn über dahin. Oh, ich glaube, ich war ja auch. Wow, wow, ja auch. Was ist denn, wer? Schaut da an, der in der Land. Wer ist denn abgefahren? Also, Leute, machen wir eine kurze Pause. Jetzt geht es wieder weg, oder? Wo ist eigentlich dein Eistee? Äh, mein Eistee! Aber jetzt wird noch schärfer, das ist das Problem. Wenn man trinkt, schau, bei ihm geht es langsam wieder weg. Das Ding ist, ich habe ihm nur ein kleines Stück gegeben, ein bisschen habe ich ihn auf Lippe geschmiert. Aber! Immer noch nur Mundschaff. Ist das nie. Ich schwöre. Aber! Ist nur Mundschaff? Ja! Hier auch oder so? Nein, nein, nur Mund. Heiz? Nein. Nase? Läuft nur. Jetzt geht es wieder weg. Jetzt nur mal. Aber wie war der Geschmack? War jetzt nicht nur scharf? Ist einfach scharf. Was? Boah. Tot, tot, tot. Ich bin nicht da. Was ist passiert genau? Erzähl mal. So, meine Zunge. Keine Ahnung. Ich bin gef... Ich habe nie in meinem Leben Milch getrunken, aber trotzdem habe ich Milch getrunken. Oh, erst einmal. Ja, erst einmal in meinem Leben habe ich Milch getrunken. Hotchip macht es möglich. Wie war das? Voila! Gar nichts außer Scharf. Ja, einfach nicht. Ich bin... Ah, voila! Das war... Machen wir heimlich. Das schmeckt nach gar nicht. Ich habe denen gesagt, wollen wir was holen gehen. Wir haben mehrere Videos gedreht. Nicht wundern, wir drehen die im Garage. Da es draußen leider regnet. Ähm... Genau. Falls ein paar Garagenvideos kommt, wisst ihr Bescheid. Lass mich in die Tanke, bitte. Zwei Hotchip kannst du aber? Ja. Wir machen so Hotchips nach Boxen. Wo alle springen. Oh, mein Gott! Mach, mach, wir Boxen. Komm, mach, wir machen Boxen. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Hotchip und Boxen! Beste! Jalla, jalla, jalla! Gahne! Jalla! Doch, 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 komm her! Geile Idee! Was ist mit der? Ja, ich kack auf, bitte! Jalla, komm! Ja, du musst... Ja, du musst... Ja, ich kack auf, bitte! Ja, du musst... Lass mich in die Tanke, bitte! Ja, aber Box einmal gegen dich! Komm, komm! Jalla, komm! Boxen, ich boxe einfach! Ah, er wolle, er haut mich zurück! Hallo! Jalla, komm! Kameramann, komm her! Komm her, Kameramann! Wofür, du wolle, ich kacke auf! Halla, komm! Jalla, komm bitte! Lippe, ey! Komm, ey, Mann! Halla! Jalla, ich witz! Das ist schlimm! Ich konnte nicht mehr, weil er es ernst schafft. Du hast es auf meine Lippen gemacht. Ah! Wie? Das war scheiße, oh Allah! Nee, wie lange mache ich das? Wie habe ich auf den Lippen gemacht? Ich nehme mir diese Handschuhe! See! Ah! Es brennt einfach nur Zunge, oh Allah! Bei mir auch, ja! Aber Lippen nicht! Er hat bei mir auch Flippen gemacht, sie tun! Nein, bei mir nicht! Ich bin aus, wir sind so draufgekommen, so! Ah! Er hat mir so schade Mutter gemacht! Er hat gegessen, komm, ich bin so! Wenn die Damen viel erinnern! Pssss! Aber pssss! Hey! Pssss! Nein, nein, nein! Er hat mir ein bisschen lachen gemacht! Pssss! Pssss! Der hat noch gemeint, Leute! Er hat zwei, er macht zwei... Er spürt erst bei zweit ein bisschen mehr! Nein, diesmal war es schlimmer, Chef! Das ist nicht wie letztes Mal! Wo hat es angefangen? Wie hat es gebrannt? Mein ganzer Bauch brennt, mein Hals brennt, mein Mund brennt, mein Zunge brennt, alles! Was hast du danach gemacht, wo du bist ja weggegangen? Was hast du dir geholt besorgt? Chips und trinken! Okay, hat es funktioniert dann, oder? Bisschen! Hast du eigentlich noch was gegessen oder getrunken? Ich habe nur einen Duschen getrunken, kann ich nicht! Weil die einigen sind dann doch zum Allgut gegangen, wir sind ja in der Garage wegen Regen, dass ihr nochmal Bescheid wisst und ich habe denen davor gesagt, bevor wir anfangen, hey, besorgt schon mal euch Sachen, dass wir das auf Entspannt machen. Hast du eigentlich was gegessen oder getrunken? Also nur Eistee, du hast doch gesehen, also... Hast du dieses bisschen? Ja, ja, nur ein bisschen. Okay, was sind eure letzten Wörter? Also liken, kommentieren, abonnieren. Abonnieren. Ich bin Alex. Dieser Alex, er wird noch sehen. Ja, warte. Er wird noch sehen, Alex. Aber wir finden dich, keine Sorge. Aber ich habe gehört, altklasse Rücken und so. Nein, der ist kurzer. Kurzer, sei es kurzer. Kurzer, nee, so Schlutscher. Ist diese Scheiße nicht. Zwei Hotchip-Cups, aber? Ja, ja. Ich bin noch nicht fertig. Ich will Grüße an Emily und Susanna. Wer noch? Und Larissa. Ja. Liken. Ich will auch noch was sagen. Folgt mir auf Insta. D-I-A-3-Y-U-7-9. Ich will auch nur Rix und den kleinen Lutscher grüßen. Dann können wir fertig machen, oder? Ja. Oder ist es fertig? Fertig, fertig. Fertig. Ja. Dann lasst Liebe da. Wenn ihr mehr solche Videos wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Lasst Liebe da. Ihr folgt alle auf Instagram, aber YouTube müsst ihr auch folgen. Instagram ist super sonst. Aber YouTube, ich vergesse. Ciao, Bella, Mozzarella. Ciao, ciao, Kakao. Ich mach eins. Alles? Alles? Au Zimmer, mal. 8,5-6-1-0-2-0-2-0-3-0-3-0-5-0-3-0-4-0-4-0. lar. لا. Alles? 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 Lic